So, Chaos Ring ist verkauft. Wir könnten ihn jetzt theoretisch wieder zurückkaufen. Was ich mir auf jeden Fall verkaufen werde, ist für euch die Wissensrolle. Und, ja, nehmen wir den Chaos Ring ruhig an. So, ist immerhin ein bisschen was. Und dafür können wir mal Steine verkaufen. So, bis auf 100. Und ihr benutzt gleich mal die Rolle. Der Magier da drüben hat uns nichts mehr zu sagen. Nein. Wir haben jetzt in unserer Enzyklopädie eine Legende stehen. Zauber haben wir nichts Neues. Wir haben jetzt untote, beschworene Kreaturen und wilde Tiere als Gegner. Monster und Briganten und, ja, Milizjäger und Berserker. Kleines Skelett, Zombie. Der schwächste Soldat in der Armee der Untoten. Hat nicht viel Leben. Hat dafür allerdings recht viel Regeneration. Also doppelt so viel wie andere. Ja. Halbverwäste Leichen, die durch schwarze Magie wieder zum Leben erweckt wurden. Beim Angriff haben Giften diese monströsen Kreaturen ihre Opfer mit Leichengiften. Er kann magische Quellen einnehmen. Phantomkrieger. Magischer Geist. Feuerdämon. Niederer Dämon. Bär. Wolf. Junger Wolf. Der süße Geschmack des magischen Erzes, die diese Kreaturen in die Goblin wien. Sie sind allerdings nicht so gefährlich wie ihre Erwachsenen Art genossen. Sie reißen dabei jeden in Stücke, der ihnen in die Quere kommt. Ah, okay. Da sind nochmal Bär und Wolf. Also auch wie die Phantomschlucht. Okay, also Geisterschlucht. Bows at the ready. At your service. Okay, wir haben einen Soldaten wieder verloren. Antomkrieger sind schon recht stark und wir haben halt nur Miliz. Agreed. Come on, folks. Aha. In a minute. In a minute. Come on, folks. Okay, mal gucken, was kommt hier Böses raus. Come on, folks. Yes. Thank you for bringing the artifact to its true owners. We will not trouble the old alchemist anymore. Danke, dass ich das Artefakt seinen Besitzern zurückgebracht habe. Wir werden den alten Alchemisten noch nicht länger belästigen. Okay, das war alles schon. Das heißt, wir können jetzt wieder mit Zorakun reden. Nachdem wir unseren Verlust wieder aufgeglichen haben. Okay. Ah ja, es wäre schön, ein paar bessere Einheiten zu haben. Nicht nur ein paar olle Militionäre. Das ist ein paar olle Militionäre. Und ja, ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, nicht ein paar Goblins zu nehmen. Aber jetzt ist es so, wie es ist. So, Truppen sind eigentlich relativ gut. Ich weiß halt nicht, ob wir in der nächsten Mission noch eine Möglichkeit haben, sie abzugraden. oder nachzurekrutieren. So, jetzt wieder zu dem Typ. Okay. Wir haben alles gemacht, was wir machen können. Und ja, die Karte ist sogar in Quadranten unterteilt. Auch wenn wir die nicht wirklich sehen. Also das ist A1, B1, A2. Okay. B1, A2. Okay, go. Agreed. After all these years of torment, I will finally get a good night's sleep. The least I can do in return is tell you a few juicy legends. You may take notes if you like. Come on, folks! Well, I've heard the legends. It's time to report to the guild. Oh, I've heard the legends. I've heard the legends. Wait, young man. You sound upset. Wait, young man. You sound upset. Don't despair. You're a talented young mage with a bright future. You can easily become one of the most powerful mages of the guild. With the tasks I'm getting from the guild, I'm more likely to become a famous bear tamer or storyteller. Mit den Aufgaben, die ich von der Gilde erhalte, werde ich wohl eher ein berühmter Bärenzimmer oder Geschichtenerzähler. Wenn ihr auch in den kommenden Jahrhundert noch als Held angesehen werden wollt, dann hört zu. Erinnert ihr euch an die Legende von der alten Gruff, die der Eingang zum Zwergenpalast sein soll? Ich weiß, wie man hineinkommt und den Flur umgeht, mit dem sie versiegelt ist. The night of the great confrontation is coming. It's the only time you can enter the crypt safely and retrieve the artifact. The wand of domination. Die Nacht der großen Konfrontation ist nahe. Nur dann könnt ihr die Gruff sicher betreten und das Artefakt, den Zauberstab der Herrschaft, herausholen. Hui, hui. There's no time to waste. The night of the great confrontation is coming. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Die Nacht der großen Konfrontation bricht an. Come on, folks. Ja, seit um Mitternacht an der Gruff. In a minute. Und ja, Tagebuch. Erlangt. Ihr habt folgenden Auftrag beendet. Erlangt Weisheit. Ihr habt folgenden neuen Auftrag erhalten. Sucht die uralte Gruff. Speichert. Spiel gespeichert. Automatische speichern. Erlangt Weisheit. Und ja, dann der Text nochmal. Sucht die alte Gruff aus. Findet heraus, ob die Legende über die Schätze von Vardunak stimmt. Seit um Mitternacht bei der uralten Gruff, wenn die Schutzzauber am schwächsten sind. Jo. Ich sehe hier nur keine Uhr. Ich sehe hier nur keine Schutzzauber. 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 Also ja, speichern wir wieder Das Let's Play Safe drüber Und schicken einfach mal alle Hier rein Ja und scheinbar Ist der Fluch wirklich gerade inaktiv? Weil wenn wir einen Ratsch haben Einer von uns muss sterben Okay, ich hab einen Bogenschützen verloren Okay Skelettebeschwören, das ist auch ein Schaden Ich gebe mich geschlagen, nehmt das Artefakt und nutzt es weise Was geschieht hier? Okay, ich habe gerade meine Bogenschützen verloren Der dunkle Schein und der Zauberstab ist verschwunden, jetzt kann ich mich ihm bestimmt nähern Okay Ich muss sofort zu Zoragan gehen, ich muss mir den Tod meiner Kämpfer zahlen Also ja, gut Wir haben jetzt die Möglichkeit Ich will aber keine Schützen anheuern Die sind mir zu teuer Warum? Ich heuere jetzt mal ein paar Pfadfinder an Die kosten nicht so viel Kann ich Ihnen gleich mal so eine verpassen Okay Ich heuere jetzt hier Vielen Dank.